Wenn wir heute gewinnen und am Montag unentschieden spielen, reicht es. Ich glaube, wir haben schon eine Chance, um sich zu lachen. Wenn die Österreich heute gewinnen, ist es alles offen, alles möglich. Auch gegen Deutschland? Auch gegen Deutschland, sehr. Es wird knapp, aber wir sind gute Dinge. 5-0 Österreich. Aber Deutschland ist auch schwach und Polen auch. Wir haben zwei Spiele und eine Schlacht. Und die Schlacht ist gegen Deutschland und die gewinnen wir auch. 1-0 Österreich. Die Deutschen sind ganz schlecht, weil sie heute verloren haben. Österreich gewinnt. Das ist unsere Europameisterschaft.